Yo, yo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute machen wir länger überleben auf der kompletten Fortnite Battle Royale Map. Richtig geil, es gibt da ganz simple Regeln. Und zwar man darf einander grieven, man darf gefühlt alles machen, aber man darf nur keine Waffen benutzen. Wir landen jetzt hier überall auf verschiedenen Teilen der Map. Ja, wir sind übrigens auch gerade noch live, Leute. Wir sind auch live. Schaut auch gerne mal vorbei, dann im Stream. Da könnt ihr auch bei solchen geilen Videos dabei sein. Ich glaube, ich lande hier bei diesem Bahnhof. Okay, was haben wir hier für Loot? Oh, Impulse Nates, sehr, sehr wichtig. Richtig, wichtig Impulse Nates. Aber man darf keine Waffen aussammeln. Perfekt, Digga. Aber ich glaube, so Impulse und Jetpacks sind richtig, richtig wichtig. Weil man darf ja an sich keine Waffen aufsammeln. Oh mein Gott, hier ist noch mehr Impulse. Let's go. Oh mein Gott. Das geil. Was sind die ganzen Chests? Ah, unten, stimmt. Mal schauen, wo alle anderen gelandet sind. Und jemand ist geläftet. Ah, nee, hier. Okay, jemand ist hier bei Reckilis, hier bei Grimgate und unten bei Sandy. Okay. Mal alles looten hier. Ach, ich würde so gerne die Pump mitnehmen, ey. Das tut so weh. Oh, ich liebe diese Striker mit, wo die so gemoddet ist. Das ist das Beste, ehrlich. Das ist so geil. Oh, Gön. Nein, Digga. Nicht mal ein Jetpack. Ja, wir hielen uns, glaube ich, jetzt erstmal full, dass wir da schon mal bereit sind. Aber was ich noch vergessen habe zu sagen, Leute, man darf, wie gesagt, alles mitnehmen, außer Waffen und Sachen, die Leuten Schaden machen können. Also auch keine EMP-Granaten, kein gar nichts. Gar nichts davon. Alles, was Leuten Schaden macht, ist verboten. Mal schauen, wer hier am längsten überlebt. Ich call. Ja, komm, Digga. Ich werde dich gewinnen, Digga. Am Schluss bekomme ich so viel Karma. Nein, ganz ehrlich, ich glaube, dass Leon das gewinnt. Ich glaube, dass Leon, lol, das... Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Digga, ich kann nicht wegfahren. Tschö, Gegner. Ja, wie gesagt, Leute, schreibt mir auch sehr, sehr gerne eure Challenge-Ideen in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, dass ich da ein paar Sachen habe, die ich da mal machen kann im Stream. So, jetzt fahren wir mal in Nitrodrome rein. Boah, Leute, ich könnte eine Skybase machen. Boah, ich farm erstmal Metz für eine Skybase, bin ich ehrlich. Erstmal Metz farm für eine Skybase. Das wäre geil. Einmal eine Skybase. Digga, Leute, mit Ansage, ich wette, die anderen in meinem Squad werden mich so fett griefen, ey. Die werden mich so griefen. Ich wette, die werden mich runterschießen, ey. Oh, Digga, was hat Leon alles? Bro, er ist schlau, er geht angeln. Oh, mein Gott, Digga. Er ist schlau. Ja, und dann alle, die in meinem Squad sind, wenn die sobald ihr ein Kill macht, werde ich die sofort disqualifiziert. Dann seid ihr raus. Chest. Oh, Gegner, Digga. Nein, das ist ein Sweat. Das ist ein richtiger Sweat. Diese Tankstelle, bitte schaffe ich es noch bis zur Tankstelle. Boah, der fetzt mich immer noch ab. Schnell Tank. Auch die Kacke. Nein, nein. Oh, mein Gott, Digga. Ich springe mich noch selbst in die Luft. So, wer ist denn hier vorne? Marlon. Jetzt gehen wir erstmal mal und griefen, Leute, würde ich sagen. Jetzt gehen wir erstmal full. Marlon griefen. Let's go. Digga. Wieso sind bei mir gefühlt jedes Mal Gegner, ehrlich? Self-All Stream-Sniper. Oh, mein Gott. Führerschein habe ich auch auf Fisch gekauft. Wo ist Marlon? Hier vorne, ich griefe ihn komplett. Und ich muss mir mal Loot suchen, ich dulle. Ich muss mir mal Loot suchen. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, Schilblasen. Wichtig. Oh, mein Gott. Ja, hier ist der heftigste Baufight. Und wo steht Marlon, Digga? Ich gehe jetzt erstmal, glaube ich, hier runter. Lasse mein Auto da und loote jetzt hier erstmal. Wenn das Marlon nicht schon getan hat. Oh, mein Gott. Schild Bubbles. Mhm. Marlon. Ah, Ehre, Digga. Er droppt mir einfach ein Mad Kid. Aber viel Impuls. Er ist echt richtig stark. Na, aber er ist drin. Und weg mit dem Cybertruck. So, was sollen wir jetzt hinfahren? Boah, ich glaube, ich gehe mal Mitte. Oh, Digga. Bei Bitter Weasel sind zwei Medaillen. Oh, mein Gott. Was mache ich hier, Digga? Ich glaube, ich gehe jetzt aber hoch. Da mal. Zu Leon. Der chillt schon die ganze Zeit dort. Ich gehe mal zu dem. So, jetzt bin ich hier bei Leon angekommen, Digga. Was sind diese Bots? Oh, mein Gott. Hier ist ein Gegner. Digga. Und weg. Oh, mein Gott, Digga. Oh, mein Gott, Digga. Das könnte echt die Lösung sein. Bot. Was verkauft der Typ? Ah, shit. Man darf nicht mehr rekrutieren. Stimmt. Man darf in der Challenge nicht rekrutieren. Oh, mein Gott. Hier ist alles unlooted. Let's go. Let's go. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Wir müssen uns, stimmt. Wir müssen uns auch noch für ein Heeloff vorbereiten. Das habe ich auch voll vergessen. Das könnte auch zum Heeloff gehen. Stimmt, ey. Das könnte auch ein Heeloff gehen. Boah, nochmal Double Chests. Let's go. Oh, mein Gott, Freund. Das ist ein foolish Fiss. Boah, ich würde sagen, ich splash. Ich splash mal. Und nehme den Fiss mit. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. G-G-G-G. Leon ist der Erste, der raus ist. Leon ist der Erste, der raus ist. Leon besetzt somit den vierten Platz für heute. Oh, mein Gott. Das hatte ich nicht gedacht, Digga. Ich hätte gedacht, dass du gewinnst. Oh, mein Gott. So. Er geht ganz am Zonenrand, Digga. Oh, mein Gott. Er hat den Bunker bekommen. Digga, ich muss mich mal looten. Ich loote die ganze Zeit. Ich fahre vom einen zum anderen, Digga. Oh, mein Gott. Er hat den Kulettenbunker. Schimm, der kann es nicht, Doli. Digga. Digga, er geht auch. Digga, er ist bei Insel. Boah, ich glaube, die Medaillen könnten ein richtig, richtig krasses Problem werden. Ich hoffe, die fighten sich. Da unten sind welche. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Da unten sind welche. Da ist Gott viel Loot, ey. Ich brauche das. Ja, kommt. Rotiert mal weiter. Gut, ich gehe runter. Ich habe ja eh einen Puls. Ne, jetzt. Alles gut. Was liegt da so viel Loot? Ja. Mhm. Ja, nichts Gutes. Weg hier. Erstmal weg hier, Digga. Bitte, Weasel, du darfst nicht rebooten, sonst bist du auch raus. Er denkt auch, er darf rebooten. Er darf nicht mal rebooten. Das krass. Er hat jetzt unnötig Storm Damage kassiert, Digga. Er darf halt nicht mal rebooten. So, wo geht die Zone hin? Okay. Ich glaube, ich setze mich jetzt mal richtig zentral irgendwo in den Busch rein. Da vorne war ein Müllcontainer. Bam. Hier drin bleibe ich jetzt. Noch zwölf Spieler live. Digga, wenn das ein Win wird, ohne einen Kill zu holen. Oh, mein Gott. Only Heal and Rotation. Das ist krass. Ich werde gerebootet. Oh, mein Gott. Reboot, reboot, reboot. Oh, mein Gott. Ich muss hier weg. Ich gehe mal zu Bitter Weasel hoch. Ja, dort fighten sie. Ich muss hier weg. Ich use ein Fizz. Bam. Jetzt gehe ich hier hoch. Oh, mein Gott. Hilfe. Leute, was soll ich machen? Ich weiß nicht. Ich gehe in den Busch. Ich gehe so krass in den Busch. Okay. Nein. Malo macht eine Skybase. Ist das? Sei'n ernst? Marlon macht eine Skybase? Einfach noch eine Skybase, Digga. Was? Doch, oben sind Gegner. Marlon geht hier nochmal für die Skybase. Aber ich muss in-Zone. Ich muss in-Zone. Shit. Shit, 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 shit. Ich muss in-Zone. Da vorne sind Medaillen. Scheiße. Ja, die rotieren zu mir, Digga. Oh. Oh mein Gott, da vorne fighten sie. Marlon mit der Skybase. Marlon geht hoch mit der Skybase. Digga, ich komme auch hoch. Ja, ich muss jumpen. Willst du euch ein Griefen? Ne, komm, ich mach keine Ehrenlosen. Mit ne Medaillen, Digga. Hier ist ein anderer. Hilfe! Ich muss jetzt schon eins poppen, Digga. Ich wollte eigentlich mal ein Heal aufmachen, Digga. Scheiße. Ja, Bro, Digga. Nicht mal hier hochbauen. Boah, ich kann ja halt nicht mal runterschießen. Checkt die Medaillen, das. Da unten sind die Medaillen. Checken die Medaillen, das. Da unten sind sie. Noch ein, Digga, wie viel Reboots. Ja, die Medaillen pushen jetzt. Ich brauche jetzt irgendwie noch Loot. Was wäre jetzt schlau? Weil hier ist halt actually gar nix. Nix. Wirklich nichts. Digga, ich griefe, glaube ich, Marlon. Er ist von der... Oh mein Gott, Digga. Er ist von dort hinten connected. Er ist von dort hinten connected. Medaillen, komm. Die muss jetzt hier hoch. Versteckt mich hier oben. Oh mein Gott, da vorne ist nicht die Medaillen irgendwo. Oh mein Gott, das ist spannend, ey. Noch zehn Leute auf so eine Zone. Oh mein Gott, ey. Was ist das für eine Zone mit zehn Spielern? Oh mein Gott, hier unten sind die mit der Medaillen. Shit. Oh Marlon wird nicht gegrieft, das. Krass. Oh, sie sehen jetzt aber bitte Weasel. Er muss jetzt das out healen. Er muss probieren, out healen. Ich muss auch in die Zone. Ich glaube, ich nehme jetzt meinen Fist und gehe. Ich gehe alles rechts lang. Oh mein Gott, Digga. Das sind schon über zehner Ticks. Die fighten sich dort. Wie ist ein anderer? Und renn. Renn um dein Leben. Keine Rotation mehr. Ja, bitte Weasel ist auch dead. Ja, GG, Marlon gewinnt das wahrscheinlich mit der Sky Base. GG! Marlon gewinnt das mit der Sky Base. Marlon gewinnt das einfach mit der Sky Base. Mal und teamt! Mal! Was? Oh mein Gott, er teamt einfach. Oh mein Gott. Er teamt. Er teamt mit den Schwitzern. Und er wurde gegrieft. Aber er hat JPEG. Oh mein... Was? Digga, was? Bro, er teamt einfach. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Genau solchen Content wollen wir hier haben. Das ist zu lustig, Digga. Er teamt einfach. Oh mein Gott. Ich checke es nicht. Aber das war es, glaube ich, jetzt auch für ihn. Oder? Oder wenn das gewinnt, er rastet aus. Er bekämpft jetzt mit dem Baum. Noch fünf. Oh mein Gott. Am Schluss schenken sie ihm dann noch den Win. Das wäre krass. Das wäre echt richtig krass. Wenn sie ihm jetzt den Win schenken. Digga, Leute. Wenn sie ihm jetzt den Win schenken. Wenn sie ihm jetzt den Win schenken. Oh mein Gott. Ich glaube, die wollen. Ja. 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 Jetzt. Komm. Oh. Wenn er das holt, Leute. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott. Er hat 71 White. Er gewinnt es noch, Leute. Wie, Digga. Er gewinnt die Runde. Einfach noch. Das ist zu krank, Leute. Oh mein Gott. Aber das war es an der Stelle auch mit dem Video. Er hat einfach mit Team gewonnen. Mit Skybase. Alles. War richtig geil. Hier seht ihr dann nochmal das Leaderboard eingeblendet. Richtig, richtig geil. Das war es mit dem Video. Ciao, Leute. Halt rein. Tragt gerne den Creator Code Oxley ein. Lasst ein Abo da. Ciao, ciao. Wow. Oh yeah, Code Oxley auf die Eins. Pack den Creator Code in den Item Shop rein. Oh yeah, Code Oxley auf die Eins. Ob den Creator kommt in den Alten schon rein